Aber der guckt so, der guckt gar nicht in meine Richtung Oh, der Stream ist halt so fast delay So, jetzt muss ich ein bisschen runter so In der Kappe Böse Kuppen, so Auf Leigen Warte mal, warte mal, bleib mal so Bleib mal so Ich hab mal einen Screenshot gemacht Dann mach ich das so mit der Hand so Dann sieht es nicht aus wer erst Oder so auf die Kappe So behindert Hallo Bandit Okay Wir hören jetzt auch von dem Quatsch Zack